Ist das keine Ausrede? Spook! Was? Tschüss! Neue Mauer, das geht auch, oder? So, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Scribble Yo! Drei! Ja, wir sind heute zur fünften Max, sind ja der König. Drei! Raccoon, Tim, das bist du, oder? Natürlich! Gut, Autist ist Paul, Dauni ist Sebastian und ja, ich bin ich, glaube ich. So, ich gehe direkt los. Oh, ich bin erster! Oh, ich, ich mal! Okay, okay, das wird gut, das wird gut. Ähm... Ist es deutsch oder englisch? Ja, ja, ist deutsch. Ist deutsch. So. Ist das ein Dreieck? Nein. Ist das drei Dreiecke? Komm schon, was ist das? Ja! Easy! Verarschen, Alter! Haha, super gemein! What the fuck? Gott, was ist das? Ach du Scheiße! Das sieht man doch! Nein, das kann es nicht sein! Ah, warte mal! Doch, komm! Sind das Segways, Alter? Das sind die Verarschen? Nein, Max, das sieht man doch! Das sind Segways von oben, ja! Ja! Nein, das sind ganz viele Segways! Und Jetskis! Ich weiß noch, wie man das nennt. Traumschiff! Ich weiß, was das ist, aber ich... Ich weiß halt, ob es heiß ist. Ich weiß nicht, ob es heiß ist. Ich weiß nicht, ob ich weiß, was das ist. Hat auf jeden Fall schon gut reingekommen. Ja, ähm... Raketenflugzeug war gar nicht so schlecht, ich glaube. Oh, Raketenflugzeug, ja... Hey Sebastian! Hä? Was? Was? What? Was? Oh, ja! Ja, das ist besser! Das ist doch besser, Alter! Oh, ja! Oh, ja! Also, das links ist ja auch immer nice! Hä? Hä? Sieht jetzt aus wie so'n Kürbis, so'n bisschen, aber sonst... So gut ist das schön! Das ist kein Dreieck! Hm! Was? Ach komm, was? Wunderschöne Gewalt! Nein! Nein, Rocky! Fuck! Raccoon! Ist jetzt Zipp dran, oder was? Ach du Kacke! Mal doch mal! Okay, Jungs, 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 Jungs! Jetzt kommt die gute Maus! So'n Plus sein übrigens, ne? Ja! Ich weiß nicht, dass das links ist! Äh... Die Maus ist da wieder komplett, ich! Keine! Ey, kennst du schon, dass ein Mensch ist, oder? Was macht der? Liegt, oder? Ja! Das war's just ne Uhr! Oh, was legt der? Äh... Hab's! Das liegt auf... 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 A Kreuz, oder? Ja! Äh... Was soll denn? Das ist Kreuz-Kreuzzeit, oder? Time for Crusade! Was ist das? Jungs! What?! So'n Zetzeln! Äh... Ja, der schläft! Aber das wichtig ist das hier! Aber das wichtig ist das hier! Ja! Ich sehe es! Bettzeit! Alter Junge! Die Maus geht doch reingesklau, oder? Die ist perfekt! Die ist Hammer! Okay, okay, ich habe etwas zu sicheres! Ah! Ich kann auch, wie der Kopf geht! Ah! Okay! Was denn? Hä? Hä? Ah, ja! Ja! Ich habe... was? Der Autist hat das Wort schon erraten, bevor die Streifen da waren! Achso! Und der unglaublichen Kopfhaut nehme ich an! Ja, Mann, wir können dann einfach... Steigung! Steigung war gestern geil! So, das... Das mit dem Kopf, Alter, das ist... Keine Ahnung, wie man so'n Ding malt! Das war okay, Mann! Okay! Okay, jetzt... Jetzt... Jetzt kommt's... Jetzt geht's rund! Ach du Scheiße! Kreis! Oh, die Farbe! Schwein! Ist'n Adler! Wunderschön! Ah! Ah! Wunderschön! Gutes Ding, Alter! Gutes Ding! Jetzt geht's um die Wurst! Schön, schön die Farbe benutzt! Pfff! Wo macht man das? Ist so! Drei Wurst haben, Alter! Was?! Tim, was?! Was?! Jungs, Jungs, antizipieren! Hä? Komplett boosted, Alter! Ah! Boosted, Alter! Du musst auch mal in die Jucke gehen! Du musst mal sehen, wo das Problem ist, ne? Antizipieren... Ein wunderschöner Zug! Ja! Ach, Scheiße, ey! Hinklissen, Jungs! Hinklissen! Mhm! Äh... Oh, shit! Okay... Äh... Donaut! Äh... Donaut! Das ist anders mit Donaut, Alter! Äh... Keine Ahnung! Abs... Sieht gut aus! Sieht gut aus! Ich find's gut! Hä? Vorher hab ich gestern schon mal probiert und da ging's nicht! Der Kehrsachbaum! Hä? Warum hat das denn weiße Punkte? Ja... So erkennt man's halt besser! Was hat denn weiße Punkte? Hellere Punkte, eher... Digga, ich hab's... Du willst dich ärgern! Du willst dich ärgern! Ach komm, Digga, Kastanien! Kastanien hab ich geschrieben! Das musst du doch zählen, Mann! Ne! Das ist doch ein Witz! Muss schon richtig schreiben! So unfair, ne? Du hast einfach schlissen ins Maul! Jetzt kannst du's besser machen beim Maul! Jetzt kannst du's besser machen beim Maul! Ja, jetzt ist das keine Ausrede! Spook! Was? Was? Wow, Alter! Wow! 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 Das ist ein Bullshit! Wow! Kastanien ist Bullshit, Alter! Wow! Toll! Kastanien, Mann! Kastanien, Kastanien! Wow, Alter! Wiesel ist schon ein bisschen sü- Ah! Ah, klar! Oh, es passt! Es ist schwer zu malen, ehrlich gesagt! Du hast drei Wörter gehabt und dann beschwert dich, ne? Es ist schwer zu malen, alles drei! Ja, also das war perfekt gemalt! Hä? Max, ich weiß worauf du hinausfällst! Ich versteh deine Gedanken-Dinge! Mehr Tipps! Mehr Tipps kann man nicht geben, Alter! Ist unmöglich! Ja! Was? Ja, hey! Ja! Hä? Das ist ja klasse, Alter! Klasse gemalt! Ist ja krank, Alter! Eindeutig wunderschön, Jum! Hä? Äh? Schon dämlich, gar an sich! Ich muss passen, gell? Keine Ahnung! Was weiß ich denn, Mann? Alter! Oh! Innen! Warum muss man solche Wörter zeichnen? Das ist ja behindert, Mann! Nicht außen! Ist so bad! Okay! Wow, ich hab drei... Das eine ist gut, das andere ist besser, was nämlich... Ja, das weiß ich, ich puste den, Mann! Ja, Mann! So! Radler! Zug! So! Zug! Nein! Ist kein Zug! Zug! Nein! Ist kein Zug! Das! Ah! Was? Ach so! Ja, easy! Halt! Ich wollt's noch anmalen! Einfach nur Känzer! So, ne? Oh, nice! Boing! Hier soll mal die drei Buchstabenwörter streichen! Ja, Mann! Richter? Oh, ja! Hey, was? Als ob das... Oh, der war ja schneller als du, ne? Ich denk so ein bisschen Richter! Es war ein Trichter! Es war ein Trichter, Alter! Ich hab gedacht, da kommt noch was, aber es war schon fertig! Ich hab das fünfmal eingetippt und dann hab ich erst gemerkt, dass ich unten die Zeile nicht angeklickt hab! Ja, ich hab T mit drei E geschrieben erst! Tiii! Das sieht so Känzer aus! Alter, was? Ist das ein Mensch? Okay, kann man das rückwärts machen, rückgängig? Ja, irgendwo ist da so ein... Ja! Wird's noch schöner, das? Wird's noch schöner, das? Aha! Oh ja, das war... Aber sogar relativ detailreich, das Angebissene! Warte mal... Alter, ist das ein Pfeil? Ich weiß ja nicht, wie ich das... Das ist dicker hier, warte, der Teil... Okay, alles klar! Alles klar! Jetzt verstehe ich's! Das ist... Dünn? Alles klar, okay! Was ist das? Das ist ein Pfeil? Nee, das ist ja was, was macht das? Echt? Was soll ich das machen? 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 Glaubst du? Joho, Joho! Wow! Wow! Was? Der Audio-Tipp, der hat's gemacht! Joho, Joho! Alter, Alter! Okay, okay, okay! Joho, Joho! Oh! Ein langes Wort! Oh, klar! What? Ah, warte mal! Cool! Cool! Findet's ja schon gut! Das... Das war auch geil! Warum sind da Verben und... Warum sind da Adjektive dabei, Alter? Also komisch, also ich mein, ich geh in den Park, die wir ganz gut malen, aber... So, Tim, das wird jetzt schön, Achtung! Das... Das... Darf'n hatten wir was erst! Mehr oder weniger! Okay! Ah, versuchts ruhig! Das wird gut! Büllhalte! So... Moment! Was ja, du hast halt richtig, 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 ohne Geschweige, Alter! Aber ich... Ich find's gut, dass du's gemacht hast! Ey, natürlich! Wow, Alter! Komm, das A hat mir gut gefallen! Ne, Afe! Da Onis, Choosing Award! Weißt du, Da Onis, Christian? Alles klar! Willst du uns was sagen? Ja, nee! Oh, Juni, der passt doch einmal nicht auf, Alter! Was sind's für Wörter, Mann? Ist ja der Klassiker, ne? Ich muss gleich wieder machen, hab' ich wieder... Alter, was? Ja, mach mal! Äh... Ja, das ist easy, bitte, ich helf dir! Ja, okay, warte mal! Tschüss! Fast! Was? Was? Ist das ein Indianer, oder warum ist er rot? Ne, ich hab... Ich hab eigentlich... Schwarz ist egal, die Farbe! Äh... Habs, 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 Habs! Habs, Habs, Habs! Ist gut! Ich find's gut! Es geht eigentlich, oder? Es ist... Knifflig, aber ich... Oh, der hat aber einen guten Gesichtsausdruck! Alter, warum? Warum soll der glücklich sein, ne? Keine Ahnung! What? Warte, der kriegt so ne Scheppeknase! What? The fuck, Alter! Ja! Ist das? Ah! Ah, okay! Nevermind! Oh, jetzt geht's... Mach mal Tim! Mach mal Tim! Jetzt geht's wie Zigaraten in die nächste Runde! Ja, Vater, Jogi! Da ist eins schlimmer als Sandi, gell? Ja, gut, dann bin ich noch kurz in der AFK, ne? Zug! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Kreis! Mensch! Das hat einen Grund, warum steht's immer... Alter, Mann! Hat er einen... Dachschaden, Alter? Oh, ich! Hat er uns vielleicht auserkennen? Warte! Äh... Äh... Aber vier Buchstaben halten wird! Dann denke ich die Gegichtfüße, Alter! Ich liebe dieses Maus, gell? Dies Hammer! So, jetzt kommt der interessante Teil! Warte! Aha! Warte mal! Ah! Warte mal! Warte mal! Der hat richtig gegichtfüße! Pfff! 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 Das oben ist abgefuckt! Ja, das hab ich nur gemacht, wenn er ne Dicke hat! Arrrr! Ich find der Mensch ist perfekt! Also, besser hätte er ne... Der Mensch in seinen... Weißt du, auch mal die Kanten aufgezeigt, die ein Mensch hat! Er blutet überall raus! Pfff! Da ist das Gute sogar, dass deine Maus hin und her springt! Weil die sind ja nie gerade! Doch! Ja, also... Naja... Ja... Manchmal könnte sie so aussehen! Ja... Uh huh... Ja... Okay. Oh. Okay. Also Max, das sieht wieder Premium-Maus, man. Muss man sagen. Naja. Shit. Nein, Sebastian. Aha. Okay. Ich hatte schon Angst. ...eingewalt hast. Ach du heilige Scheiße. Okay. Minimalistisch oder... Ah ne, komm. Um... Oh Gott, äh... Ich wusste das schon 10 Sekunden früher, aber ich muss das eingeben. Yes, Käfer. Ich weiß nicht, ich wusste das schon seit dem Orange, Alter. Aber, aber, ich muss das eingeben, wie so ein Klauen, ey. Das ist gut, ey. Das ist ein Kreisfisch, Mann. Man, doch. Ah, im Auge. Kreisfisch. Ein Flunder. Oh, okay. Oh Gott. Okay. Nein, 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 nein. Das ist ein Chinese. Ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Simson, GameStore. Äh. Ja, hey. Was? Seht ihr das letzte? Seht ihr das letzte? Ich seh's, ich seh's ganz genau. Das schönste sollte man so wohl jetzt sowas abgeschossen dafür, gell? Ha, 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 ha. Deswegen ist das eine Welbung dran. Das ist ein Wort, das ist sowohl im, äh, im Plural und im Singular wird's komplett gleichgeschrieben. Ah, okay, dann weiß ich. Junge. Warte mal, was male, wie male ich denn den jetzt? Ach du Kacke. Ach du Scheiß, was ist ein Wort. Dachschaden. Dachschaden. Punkt. Punkt. Oh. Punkt. Sah aus wie eine Nase von unten. Ich weiß es nicht. Ist das ein Auto, oder? Ja, so ähnlich. Was? Ich hab gedacht, dass es ist eine Nase. Bäm, Bäm, Bäm. Ich hab's ja ja, ich hab's erst falsch geschrieben. Was? Okay, das ist perfekt, also ich find's gut. Also okay, jetzt wird's vielleicht ein bisschen grenzwertig. Vergiss nicht den Hut. Der Adler kommt jetzt erst mal. Da fliegt der Mond rein. Ja, da fliegt der Mond rein. Das kann man nicht auch raten. Das ist so easy, man. Wenn du das nicht erkennst, du hast einen Dachschrank, aber amtlich. Das hat eigentlich ohne Witzgarten mal so schlecht gemacht, dass ich mir keinen Vorwurf machen kann. Junge, wieso war das denn schräg? Wieso war das denn schräg? Das ist eins schlimmer als das andere, Junge. Wieso war das denn schräg? Ich muss nur mal so ein Schein auf alte Werte-Methoden. Zwei Parallelen, Alter. Wow. Soll das ein Greif sein? Und das ein Strich? Und das neun Strich? Das wäre jemand, der schläft, glaub ich. Das ist genau so, wenn ihr was auf dem Bett seid, ja, ja. Das sind Zs übrigens. Das soll ein Z sein, glaub ich. Ah! Äh. Fuck, wo beschreib ich mich? Was? Ah. Alter, was? Was? Also eins der besten. Hashtag an der Hashtag. Das könnten Delfin gemacht haben. Das könnten Delfin gemacht haben. Ja. Ich bin nicht lechec, weil sie防 er herauszufinden, sind nicht alle. Schnellest du heute! 999999999996 подобias, war die Pflege der Melodare zu müssen. Okay. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Okay, cool. Wieder irgendeine Scheiße gemacht... Ah, warte mal! Oh Mann, Verfilmung! Oh was? Man muss immer ein bissel ausprobieren, man muss immer ein bissel ausprobieren. Oh Mann, Verfilmung! Ja, dann würde ich sagen, das war die dritte Runde von Skripleo und dann sehen wir uns zum nächsten.